Was ist die Schweiz als unabhängiges, neutrales Land für die Vermittlungsdienste in internationalen Konflikten geeignet? Wir wollen uns nicht in fremde Konflikte einmischen, wir wollen uns als neutraler Staat zur Vermittlung von Konflikten zur Verfügung stellen. Vor allem wollen wir die guten Dienste, die unser Land ja auch in den letzten Jahrzehnten ausgezeichnet hat, weiterführen. Was ist die SVP? Die SVP hat eine eigenständige Auslandsschweizer Organisation, nämlich die SVP International. Wir haben viele Sektionen in den letzten Jahren gegründet, zum Beispiel in Spanien, in Costa Rica, auf der Elfenbeinküste usw. Wir sind also international stark vertreten und wir spüren, dass vor allem Schweizerinnen und Schweizer, die im Ausland leben, sehr darauf Wert legen, dass die Schweiz als unabhängiges und neutrales Land mit eben auch den guten Diensten in der Welt wahrgenommen wird und wir zu unseren Werten auch Sorge zu tragen hätten.